Einen wunderschönen Mittwoch, Willkommen zurück, 7 days to die mit Yogi. Hallo, Krian. Hallo. Geht ihr jetzt nicht schubsen? Ich mache hier gerade mit dem Lockpick, mache ich so eine krasse Truhe auf. Bin high concentrated. Und er hat's vermasselt. Äh, Tech Planet war ich, gell? Geh ich von aus? Uuuuut, mein letzter hat gereicht. Uh, und das hat sich gelohnt. Möchtest du mal kurz die Liste aufmachen, wenn Yogi mir nicht sagt, ob ich das habe oder nicht. Ja doch doch, Tech Planet bist du. Und Wiring? Wiring, äh, ja, auch du. Also alles meine Bücher, meine Bücher. Das ist natürlich die, die wichtige Frage. Bist du Tactical Warfire? Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir hier so in der Ecke stehen. Maschinengun. Guck mal bitte bei Maschinenguns, ob du da schon was drin hast. Maschinenguns habe ich eins von hundert. Dann bin ich das jetzt. Nichts drinstehen. Das montieren wir direkt. Tactical. Tactical. Wo ist denn der Aufgang nach oben? Ist der nicht bei dir gewesen? Scrapping for fun hätte ich noch für dich. Bleib mal kurz still. Hier ist keine Leiter drin. Ist das denn wirklich so ein flaches Haus? Ich dachte das wird nach oben gehen. Ja, das muss auch eigentlich irgendwo. So, ich habe eine Cravedigger Mod noch. Ich habe eine Cooling Mesh Mod. Okay. Ich habe einen Beaker gefunden, Kryon. Oh nice. Also die Truhe hat sich gelohnt. Auch wenn es vier... So, jetzt muss ich es kaputt machen. Seitdem irgendwann mal wer geschrieben hat, dass hinter den Bildern Tresore gewesen wären, hätten wir sie zerstört, habe ich das harte Bedürfnis alles kaputt zu schlagen. Hier unter den Oberlichtern war es? Ne. Denn eine funktioniert sogar noch. Ah, also dann scheint wirklich kein Obergeschoss. Ja, das Dach ist direkt hier ein Loch rein. Ich glaube da müssen wir außen rüber hoch. Ja, über die Garage kommen wir drauf. Wenn wir denn hoch kommen. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Vielleicht über die Rohre? Ne. Ah ja, innen rum. Das ist natürlich eine gute Idee. Ja, aber hier ist quasi nichts. Kryon war zu dick, hier ist direkt eingebrochen. Ist einfach direkt auf dem Dach, sagt er. Hehehehe. Na gut, dann ist jetzt morgen früh Tag ein... Tag zwanzig. Einen Tag haben wir noch. Die Construction Site da im Süden haben wir gemacht gehabt, gell? Letzte Episode noch. Ja. Oder wollten wir da nur reingehen und haben davor aufgehört? Ne, haben wir gemacht. Ich habe da noch reingeguckt, weil ich mir nicht sicher war, ob wir sie gemacht haben oder nicht. Okay. Hier hinter uns den Wohnwagen können wir noch machen. Ja. Warum nicht? 15 Schuss in der... in der 9 Millie. 9 Millie, 9 Millie! Haben wir den Wagen da auch gemacht oder ist das einer mit... Den haben wir auch gemacht. Okay. So, da drüben gammelt ein Zombie. Snakebonus! Hallo Zombie! Bonus hat er aber nicht. Will er dich? Nein. Nö. 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 Then, tror ich aber jetzt so leicht aus dem Leben ..." Bokst! Äh. Nö. Wenn schon den schon. So post hat er keine lesen kann ja eh nicht. Zweginnut wound ist Schwele. Ja. Hier ist echt neur Brown Help. ENDツぁerstmobilio. hallo habe es den challenge abgeschlossen ja wie hat sich das für dich angefühlt war es war es eine challenge oder war es eher so mehr mein gott macht man halt und dann dann ist es erledigt irgendwo hier ist noch ein zombie habe ich gerade schreien gehört hinter dir wenn wir von beiden seiten gleichzeitig mit dem hammer schlagen ist der kopf halt auch mal matsch ich würde sagen wir warten diese fünf minuten noch weil er definitiv ein zombie dahinter hallo 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 ist wer da military gut dass wir gewartet haben hören sie auf sie brennen hören sie auf mir weh zu tun hey jetzt mal auf reicht jetzt auch du wolltest ja nicht warten das ist Müll, das ist Müll er hat zumindest noch ein bisschen munition dabei gehabt haben Brustfahrt ist aber Bücherregale auch schon leer geräumt wir haben bestimmt Crack geraucht mit den Papieren alles Müll oder was? ja nix da so ne also ich bin jetzt Gute ja ich bin auch hart gegurkt ich habe hart hunger ich habe critical, armor, zweit heim zu gehen sagst du da ist noch ein bisschen Müll hinterm Müll Doppelmüll da liegt auch noch Leiche kreieren ja ich frage mich ja ob im fall der Apokalypse hier einfach Leichensäcke ausgegeben wurde weil viele Leichen hier auch einfach so in Leichensäcken rumliegen weil ich meine woher kriegst du so einen Leichensack ich wüsste das nicht bastelst du dir aus normalen schwarzen Säcken ach so so ein Ding ist das kleinen Reißverschluss reingebaut gar kein Problem einfach zerstückeln und dann Knotenrollen hmm premium gut hier wird halt ein Loch buddeln muss ich gestehen ne so welche meiner Amors ist denn im Arsch? ah meine Nerd Armor egal wir rennen jetzt einfach mal wie sieht es eigentlich aus mit Werkbenchen und Forges und ähnlichem? ich weiß nicht was das Problem war ich glaube es waren Items die uns fehlten dann sollten wir das vielleicht mal fokussieren ich meine wir hätten ja noch Sachen gehabt aber die haben wir ja nicht geholt ja genau deswegen ist ja die Frage was ist der was ist der Need? ich glaube die Sache war dass wir halt nicht wussten wo wir uns niederlassen weil die können wir ja nicht wieder aufheben das heißt wir müssen sie sonst zweimal craften ah das Ding war es okay 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 glaube ich dann würde ich sagen wir gammeln die Horde jetzt hart auf unserem Jim's Gun Fortress nach der Horde suchen wir uns irgendwo einen Ort wo wir uns niederlassen richtig danach schönes Plätzchen hier irgendwo in der Wallachai oder bei dem Trailer da oben wegen mir auch das heißt jetzt ein bisschen Holz machen, bisschen Essen machen, bisschen chillen kleine Crackpfeife rauchen oh so da kommt Batterie rein, hier kommt Öl mit rein so was macht mein Essenstandard? Moment äh Moment ich hab doch hier noch ach so ich hab ja kein Holz drin deswegen ne na ja erstmal wieder Holz rein Dübeln ein Wasser kochen wir schon mal das lohnt sich regelrecht gut also gehen wir quasi einfach nur Holz sammeln ist immer so ich hab 300 Holz damit kommen wir nicht weit Spikes mäßig aber ich würde sagen wir machen halt Spikes und äh ich würde nicht mal Spikes machen da wir das Ding hier sowieso verlassen würde ich sagen wir tun hier die Holzbrücke abreißen damit sie nicht von rechts nach links kommen können machen die Aufgänge dicht ja passt für mich und sagen scheiß drauf wenn unten das Ding kaputt geht die Kisten sind da ja ok und dann die wir einfach direkt schon ich hab immer Hunger ja es sind noch 7 Cornbread am Laufen aber das Cornbread ist halt einfach nicht befriedigend was haben wir noch an Fleisch da einiges ja ja dann kommt dann also tun wir jetzt dann im Prinzip einfach nur Holzfarben ohne Ende dass wir danach dann möglichst äh irgendwo einen schönen Ort finden wo wir uns da niederlassen können und dann wirklich was hochziehen ja würde ich so sagen eventuell auch inklusive Weg zurück zu unserem Ding dass wir den Kisten nochmal füllen unser Inventar füllen äh ja wobei ich glaube mit den Sachen die hier sind kriegen wir das Inventar schon gut voll ach so ja tun wir dann da wo wir quasi gestartet sind hin oder eher ein bisschen zwischen Stadt und Trader weil die Stadt ja hier im Prinzip auch durchsucht ist oder ja ich glaube hier gibt es nicht mehr viel so Animal Fett sollten wir doch haben das habe ich ja auch gesehen da und Double Sandwich haben wir auch ich tue dann glaube ich mal am Trader Richtung Norden weiterlaufen gucken ob da noch irgendwas kommt und da auf dem Weg dann ein bisschen Holz holen und noch Rotting Fleisch wir haben doch bestimmt hier ein bisschen Gammelfleisch irgendwo da können wir noch einen Hobo Stube auftragen wo ist das Hobo? ich geh schon mal vor vielleicht finde ich irgendwas dazwischen zu essen Wasser fehlt ok warte das haben wir aber auch der ist noch länger beschäftigt also Hobos tun wir hier drüben so so ja Wasser brauchen wir mittlerweile halt auch ist ja alles schlecht hier ah ich drück mir mal das Katzenfutter noch rein immer eine lecker Sache ich meine Post wäre ich dachte da hinten joggt ein Zombie aber das ist einfach nur der Krian in der Post waren wir ja schon ich darf hier im Pub auch sorry Gesundheit Dankeschön hier waren wir noch nicht alles hier rein stopfen was geht was ist das ein Tarp ah macht unseren Wasser Collector krasser so die Blueberries können wir da rein stopfen das können wir da rein das kommt da rein das ist aber unsortiert das ist korrekt Bekittas ist meins du bist jetzt aufgebrochen Richtung Westen korrekt Richtung Süden Richtung Süden ja ich wollte da am Trailer vorbei mal gehen und gucken ob was da so zu finden ist aus dem Norden kommen wir dann habe ich gerade noch hier die Kneipe mitgenommen aber die bietet quasi nichts am Buch für dich aber ansonsten ja dann renne ich kurz eine Runde noch in Westen äh in Osten oh Mist das war jetzt dumm warum geh ich hier hinten runter wo ein fucking Zaun ist oh da sollte ich mal hier kurz ein kurzer Blick ins ja gut ich kann immer noch drei Meter Sprünge machen nice Tech Junkie 4 haben wir das heißt es ist für Yogi oder hast du das schon warte ich mach kurze Recherche wo ist der Tech Junkie da habe ich noch gar nichts also nehme ich Run 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 Boy ja vielleicht sollte ich hier auch immer schön traf die Eier mitnehmen in der Hoffnung dass wir schön Dinger finden hier ist doch noch ein bisschen was anstatt hier hinten ist auch noch ein bisschen was ich bin auch Richtung Norden gegangen gar nicht Richtung Sü doch ich bin Richtung Süden gegangen ich wollte eigentlich Norden gehen aber oh ich glaube hier hinten ist eine Kinder Daycare Himmelsrichtungen sind schwierig schöne Heftchen mal Bücher Weihnachtszeit hier ist das blaue Haus da wohnt bestimmt der blaue Bär im blauen Haus Moment das Nest habe ich gesehen es kann sich nicht vor mir verstecken hier ist eine Straße hier ist ein Farbenhaus welch wäre der Farmer b b b b b b b b b ding 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 weil wir dann einiges an Grundlagen schaffen aber wir wollten ja eigentlich auch einen Graben quasi haben um die Artikel Ich bin immer noch für den Graben. Meine Fünfer-Schaufel ist bereit. So ist nicht. Also ich will hier eine schöne Festung sehen. Ich meine auch, wenn du den High Ground hast, Zombie, ich habe den Hammer. Und jetzt auch den High Ground. Warum stelle ich nicht so an? So einen Berg hochzurennen ist doch nicht anstrengend. Also bitte. Gut, ja gerade so, als wäre hier eine Leistung. Ich würde das mit dem kleinen Finger machen. Die Frage ist, ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Fall Damage noch so gut funktioniert wie früher. Also da hinten im Osten ist Schnee. Da ist noch eine Stadt, glaube ich. Ich glaube, hier ist nur noch eine Waldhütte, da drüben. Gehen wir mal ein bisschen jetzt in den Süden. Aber wir haben ja im Prinzip noch zwei Tage, den und den nächsten Tag. Die kommen ja erst am 21. abends um 10. Genau, also den Tag jetzt hier können wir noch entspannt durch die Gegend rennen, sag ich mal. Und spätestens morgen früh sollten wir Richtung Heimat aufbrechen, einfach um die Brücken einzureißen. Pops Market, was habt ihr denn so für uns? Denkt dran, da gibt es immer ein Dach, wo Leute rumlümmeln. Mit der Shotgun durch den Wald. Hallo? Ist jemand da? Und wieder hoch. Oh, gute Kundenbetreuung, muss ich sagen. Kaum bin ich reingekommen, kommt schon jemand und will mir helfen. Ja gut, das ist eine feine Sache. Finde ich aber stellenweise je nach Shop auch nervig. Oh, ein Spring, nice. Mach hier mit. Also bergrunter rennen ist lustig, das gibt extra Speed. Um den Loot machen wir die Waldhütte, wenn wir schon hier sind. Hier kümmert sich der Besitzer noch selbst um einen. Ja, nice. Jack und Sally's Getaway. Ist nicht Getaway immer so ein Wort für so einen heimlichen Hideout, wo man seine geliebte vögelt oder so? Ich würde es halt sagen, halt so ein Fluchtort einfach nur. Man muss jetzt nicht unbedingt gleich zum Vögeln sein. Ah, okay. So allgemein auch. Den Tag Junkie 4, habe ich gesagt, den bringe ich dir mit. Richtig. So, Explosive Magazine. Was ist das denn? Blowing Stuff Up. Das bin ich. Das bist du, Herr Toys. Ich kriege ich lotter Bücher für dich und mein Inventar wird vollgemüllt wegen dir. Aha. Vielen Dank auch. You are very hungry. Your maximum stamina is reduced. Geile Wendeltreppen, ich finde ja, Wendeltreppen finde ich ja schon geil, ne? Ich muss ja gestehen, ich finde es extrem cool, dass in dem Jack und Sally's Hideout, wo auch ein Plakat von Sexual Tension hängt, tatsächlich nur eine Dame im kleinen schwarzen sind und unten ein Mann im, ich weiß gar nicht, was er anhatte. Und sonst niemand. Also, Fitting quasi. Ja, absolut. Das finde ich, ist so ein Detail, was einfach cool ist. Ja, wo kommst du denn her? Bist du der betrogene Ehemann? Falls es einen gibt. Ja, bei dem Mundgeruch vor dir wäre ich auch weggelaufen. Tut mir leid, aber, ne? Also, ja. Da musst du gar nicht so rumschreien. Halbvergammelter Kerl hier. Na komm, essen wir auch ein bisschen Katzen. Hey, Moment, Moment, du. Gehst doch auf den Boden rum. So ein kleiner Wadenbeißer, Krian. Da ist nix. Au, au, au. Da oben ist noch was, bevor es dann in den Keller geht. Eieiei. Aber, was Krian in seinem Keller noch entdeckt. Deshalb war man nicht mehr heute, sondern erst am Freitag, 20 Uhr. Ja, ist so. Ist einfach so. Also, weiß ich nicht. Aber ist, ich glaube, schon so. Dementsprechend sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Haut rein. Und bye, bye. Auf Wiedersehen.